Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Part, ein Papa will lernen und ich hoffe, dieser Part wird etwas ruhiger. Ich bin ja wie ein kleines Kind, glaube ich, ne? So ein Fuß zu trampeln, hat man das gehört? Ich weiß es nicht. Ich habe sogar einen Special-Gast heute hier. Mein Berater. Sag hallo. Er sagt nix. Mein Sohnemann. Guckt, weil ich so rumgeschrien habe wahrscheinlich. Und will jetzt mir über die Schulter gucken, jetzt klappt es sowieso nicht. Okay. Scheiße, der hat es nicht abgespeichert. Scheiße. Ich muss die ganze Scheiße nochmal von vorne machen. Leute, ich muss alles nochmal hacken. Ich kriege eine Krise. Nicht, dass es... Da war ich so aufgeregt, ich habe vergessen zu speichern. Okay, aber ich bin diesmal schlauer. Ich laufe da jetzt nochmal hin. Und ich beweise es, dass ich es kann. Also ich finde, bis jetzt von der Atmosphäre hier ist das hier das Schlimmste. Das nicht. Das war hier hacken. Wir brauchen... Zack. Den. Und den. Ich nehme die beiden Sachen. Das sollte funktionieren. Und auf geht's. Ich muss alles neu hacken. Ich kriege eine Krise. Dann müssen wir hin. Wo war das jetzt? Wo war denn das jetzt noch? Ich habe es drauf. Habt ihr den Kommentar gehört? Oh, scheiße. Der war hier hinten. Da ist es. So. Halt. Bin jetzt schon nervös. Ich weiß auf jeden Fall, da kommt gleich noch was. Hopp. Und ich fange hier vorne an. Oh, jetzt geht das wieder von vorne. Ich will gar nicht. Hauptsache erst mal. Wo ist denn so ein Scheißding jetzt? Ha. Routine. Schon Routine drinne wieder. Okay. Ich wusste es. Es ist los. Ecke. Das bringt nichts. Kommt die jetzt hoch oder nicht? Das ist ein Scheißviecher. Wo ist sie? Lach dich, dich kaputt hier. Ich kann mich nur aufs Hecken konzentrieren. Hecken. Hecken. Oh, nee, nee. Nee, nee. Fertig. Fertig. Oh, jetzt kommt sie bestimmt wieder. Oh, dieses Geräusch, ey. Das macht mich irre. Okay. Geht so. Und Hecken. Und Hecken. Passt. So Leute, Angst speichern Jetzt speichern es aber Ey, ich hab's von Nervosität deswegen nicht gespeichert Naja Kann man die eigentlich kaputt hauen? Nö Aber fotografieren vielleicht? Geht auch nicht Geht auch nicht Nö Okay Auf geht's weiter Und rein geht's Okay Da ist eine Alarmanlage Oh, da hinten ist er Oh, was für Ich muss ganz ehrlich sagen Diese Welt ist Oh man, das ist noch nicht das Richtige dabei Ähm Hopp Hopp Zack Oh, Gott sei Dank, ey Oh, es läuft ja schon besser Ich hab jetzt richtig immer Angst vor diesem Hecken So So, da ist jetzt unser Freund Da müssen wir auch gleich hin Nichts mehr drin Komm ich nicht durch Das nützt ja nix Ist hier sonst noch irgendwas Was wir uns angucken können? Ich geh nochmal hoch hier Da war glaube ich auch noch was Genau Wir hören uns das jetzt an Nochmal Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers Neuester musikalische Entgleisung Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung Angesichts der großartigen Künstler die wir in Rekshire haben Das ist mir unerklärlich Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich Irgendwas stimmt auch mit der Tastatur glaube ich nicht mehr Also ich weiß nicht Okay Den hacken wir jetzt auch nochmal Und, 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 und den hier Fertig, okay Huuuuh Danke Okay Den machen wir mal, ja Okay So Ich speichere nochmal eben schnell ab Hier speichern Zack Mann, Mann, Mann Gibt's sonst hier noch irgendetwas, was ich durchsuchen könnte? Nee Ja, dafür kommen wir diesmal aber weiter Muss hier unten nochmal, oh ne Kiste Okay Ja, dann würde ich sagen Weiter Aber ich muss da jetzt irgendwie reinkommen Hier soll ich rein Hier komme ich nicht durch Warum auch? Weil ich ihn aufzurufen muss Ich muss nachladen Jedes Mal Da war doch eben was zum Aufheben Ich gehe da jetzt rein Egal Okay Nachladen Nein, nein, nein Das scheint der Bösewicht zu sein Ähm In meiner Verfassung, wie ich jetzt bin Würde ich sagen Das mache ich im nächsten Part Okay Bis dahin Diesmal ging es ja schon ganz gut mit dem Äh Ja, mit dem Hacken War etwas ruhiger dabei Aber ich wollte kurz vorm Ausflippen wieder Egal Ich würde sagen Dem mache ich wirklich im nächsten Part, oder? Ich speichere erstmal Ich weiß es nicht Ich gehe rein Ich versuche es ja Oh, bitte Noch einmal Junge Fitzpatrick Oh Oh Nein, nein, nein Nein, nein Nein, nein Oh, wenn du krankes Arschloch Lass mich hier raus Oh Komm jetzt runter, kleine Montel Leben Tod Die Würde des Künstlers ist Es einzufangen Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne Nimm deine Kamera Fotografiere ihn so wie er jetzt ist So will ich ihn in Erinnerung behalten Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seine Probe serviert Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen Kleine Motte Jetzt lauf zur Vorhalle Und tu sein Foto in mein Meisterwerk Und damit Hat unsere Zusammenarbeit begonnen Finde Kohns Meisterwerk Ohohohohoh 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 Okay. Okay. Hacken. Wie viel man hier hacken muss, das ist echt irre. Okay. Zack. 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 Fertig. Okay. Okay. Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Motte. Du hast eine eigene Leinwand, eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Okay, aber jetzt mache ich wirklich Schluss. Danach werden wahrscheinlich viele kommen. Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon. Mein Meisterwerk. Mach schon. Hab keine Angst. Okay, das hören wir uns noch an und dann mache ich Feierabend. Aufgestanden. Wieder. Schon zum zweiten Mal diese Woche. Seitdem mein Gesicht... Steinman hat an mir gearbeitet, aber seit der Explosion war es nicht mehr so wie vorher. Wenn ein Mädchen so lange allein ist, hat es Zeit zum Nachdenken. Wer könnte mich so sehr hassen, dass er mich so zurichtet? Was habe ich ihnen angetan? Ich denke ständig an all die Verbrecher und Terroristen, die Ryan am Apollos Square eingekesselt hat. Und ich werde so zornig. Manchmal bekomme ich kaum Luft. Wenn ich sie nur zur Rede stelle und ihnen sagen könnte, was sie mir angetan haben. Wie sie mein Leben und Wred verruiniert haben. Vielleicht würde ich mich dann besser fühlen. Okay. Ich finde, das reicht für heute. Ja. Das reicht. Das reicht, das reicht, das reicht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage Tschüssikowski, war echt hart für mich. Uiuiui. Ich finde diese Atmosphäre bis jetzt das Schönste, das Geilste und das Gruseligste. Tut mir leid. Ist echt so. Wow. Bye, bye. 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 Vielen Dank.